Wissenswertes über Drakensang Online Part 1 Hi Leute, ich bin zwar wieder euer Admiral Magnus13. Heute zeige ich euch ein Video mit Wissenswertem über Drakensang Online. Der heutige Titel trägt den Namen, wie viel kostet es mich eigentlich auf Level 40 zu leveln, wenn ich nur Tränke kaufe. Ja, gute Frage. Und um das zu verstehen, zeige ich euch mal was. Und zwar hier im Shop. Da gibt es unter den Tränken, gibt es hier unten den einfaches Elixier der Erfahrung, dann das kleines Elixier der Erfahrung, dann gibt es auch das normale Elixier der Erfahrung und das verbesserte Elixier der Erfahrung. Nun, diese vier Elixiere können Erfahrungspunkte herstellen, wenn man sie kauft. Das heißt, man kauft sich quasi die Erfahrung, die man benötigt, um im Spiel zu leveln. Ganz einfaches Prinzip, indem man packt. Normalerweise Erfahrung, wenn man entweder Gegner abschlachtet, also entweder nur oder wenn man Quest beendet. Aber es gibt natürlich, oder diese dritte Möglichkeit gibt es auch noch. Tränke kaufe. Nun, diese Frage, nette Frage, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, fragt mich nicht. Aber hier, seht ihr erstmal, hab ich aufgeschrieben, erstmal oben links von level 1 bis 11 benötigt man so und so viel Erfahrung, von 1 bis 21 so viel. Hab ich einfach mal aufgeschrieben, ab den bestimmten Leveln, nämlich die Tränke, die kann man ab den ersten Trank, den kann man ab level 1 kaufen, den zweiten ab 11, den dritten ab 21 und den letzten eben ab 31. Und es wäre natürlich schlau, wenn wir den kleinen, also man kann ja nur den kleinen benutzen und sobald man den nächstgrößeren Trank frei hat, dass man den kauft und damit man mit dem weiter, naja, ich sag mal, wenn man zu faul ist zu spielen und sich nur die Tränke kauft, genau deswegen ist die Frage auch da. Ja, gute Rechnung. Also, was hab ich denn jetzt? Zum Beispiel, bis level 11 hat man nur den ersten Trank, also quasi bis man level 11 erreicht, das heißt, während man noch level 10 ist, kauft man den ersten Trank, das muss man insgesamt, wie es da steht, 49 mal den ersten Trank kaufen, das kostet insgesamt 19.600 Alamantien. Naja, es hat eben so seinen Preis. 49 Tränke A4 hat Erfahrung, also EP, machen gesamt 19.600 EP. Das macht genau so viel, dass man level 11 erreicht. Nachdem man level 11 erreicht hat, kann man den schon den zweiten Trank kaufen. Der bringt nicht nur 400 EP, sondern, äh, was war der, ich glaub, 1250. Und das muss man dann wiederum so lange kaufen, bis man den nächsten Mal bekommt. Gibt ja, also wird das taktisch am klügsten nicht. Zumindest würd ich's so machen, um noch möglichst günstig wegzukommen, aber wie man da unten schon sieht, äh, komme ich wieder zu günstig, ist das nicht. So, ab level 21 kaufen wir insgesamt 154 Tränke. Man bräuchte nur 153,92, aber man kann nicht halbe, oder 1,92 Tränke kaufen, deswegen gehen wir ganze. Reicht also die Punkte, die EP zahlt, damit man level 31 erreicht, um den dritten Trank zu kaufen, und so weiter. Da braucht man zum Beispiel bei level 31 noch, ähm, was hab ich da hingeschrieben, 1,128 Millionen EP, die man, äh, benötigt. Auf level 31, genau, von level 21 auf 31. Man kann die Tränke kaufen, den dritten für 2. und 500 EP, baut also insgesamt 451,2, also das sind schon viele Tränke, also... Sehr viele. Ich glaub nicht, dass ich da jetzt sitzen würde und nur Tränke kaufen würde, okay. Der dritte Trank, äh, Trank bringt 2. und 500 EP, sorry. So, dann steht hier rechts EP Gesamt. Also, wenn man die EP zusammenzählt, wie viel ich dann habe, zum Beispiel, ich hab ja durch den ersten Trank so und so viel gekauft, und den zweiten dann so und so viel, zusammengezählt, rechts, wie viel EP man gesamt hat. Die Frage, wie viel benötigt man, um auf level 40 zu kommen, benötigt man 5.130.000 EP, meines Wissens nach. Korrigiert mich, wen ich falsch bin. Ähm, so. Und laut Rechnung muss man, also, was ich da eben ausgerichtet hab, braucht man insgesamt, wenn man alles per Tränke kauft und es, ähm, relativ clever macht und es, ja, genau den Trank kauft, wenn man, also, am wenigsten ausgeben möchte, erreicht man am Ende eine Gesamt-EP-Zahl von 5.132 und 100. Das heißt, man muss insgesamt, okay, wie viele Tränke muss man kaufen, hab ich nicht gezählt, äh, 49, 100, 54, 450, pff, keine Ahnung, über 1000 auf jeden Fall, viel zu viele. Ja, und nachdem man das alles erreicht hat, also man kann jetzt theoretisch, kann man, sag ich jetzt mal, man fängt an, man hat sich angemeldet und ist in Pilgerfahrt, ganz am Anfang, und dann stellt man sich da hin und kauft, äh, kauft sich an der Manten. Und da unten hab ich auch zwei Varianten, die Rechnung aufgeschrieben, das hat man am, da hat man am meisten, also man kauft sich 4x 128.000 an der Manten für 109 Euro, zumindest nach dem jetzigen Stand der Kosten, das steht rechts, wie viel sie momentan kostet, wie viel an der Manten. Ach ja, wenn in der Rechnung ein Fehler ist, reißt mir nicht den Kopf ab, bitte. Danke. So, insgesamt 436 Euro, 512.000 an der Manten, wir brauchen aber 565.000 an der Manten insgesamt, damit wir die ganzen Tränke kaufen können, die wir brauchen, von Level 1 auf 40. Also 565.000 an der Manten, das ist viel, das ist wirklich sehr viel. Und dann noch einmal 64.000 an der Manten kaufen für 65 Euro, kommen auf insgesamt 501 Euro, hier komm ich nur auf die 99, oh, scheiße, der erste Fehler. Ja, haha, ja, sorry. Okay, also dann kostet das, also na hat man insgesamt 576.000 an der Manten, minus 565.000 an der Manten, im Endeffekt ist das die Version, wo man am meisten abbekommt, ihr kauft also euch für 501 Euro an der Manten. Hm, okay, also für mich ist das jetzt ein bisschen viel Geld. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein Millionär wäre und würde sagen 500 Euro, hm, scheißegal, und ich bin sofort zum Leveln oder habe ich jetzt schon mal gespielt und will den zweiten Charakter machen. Und dann sag ich mir, ich bin jetzt voll zum Leveln, kaufe ich mir doch einfach mal für 500 Euro, okay, 500 Euro als Millionär, das geht schon, also, da sagt man sich, scheißegal, kaufe ich mir jetzt einfach mal und schon Level 40, hm, okay, tausendmal rumklicken und tausendmal, also, mehr als tausendmal rum, hinklicken, damit man erstmal die Tränke kauft und dann nochmal zum Einsetzen, noch ein paar tausend, äh, mehr als tausendmal, also, ist schon, es dauert schon ein bisschen, wie lang es jetzt dauert, weiß ich nicht, aber ich klicke ja nicht wie ein Verrückter auf meiner Manten. Am Ende hat man dann 10.800 an der Manten Rest, zu den 600, die man am Anfang, ich glaub, bekommt, sind das 11.400 an der Manten, da hat man immer noch ein bisschen was übrig. Würde ich jetzt persönlich für Invertalwaltung ausgeben, aber na gut, meine Meinung ist ja nicht gefragt. Und dann gibt's noch die günstigste Möglichkeit, da kauft man sich einmal, äh, viermal 128.000 an der Manten, einmal 32.000, einmal 16.000 und jeweils einmal 4.000 und 1.500. Da kommt man auf einen Gesamtbetrag von 494,99 Euro. Ich denke, ich hoffe, dass es jetzt mal richtig ist, Kinder, ist ganze 6 Euro, oder nein, 7 Euro. Doch, 6,01 Euro, 6,01 Euro, 6,01 Euro, günstiger. Geil, aber man hat eben am Ende nur noch 300 an der Manten übrig. Also, wenn ich das schon machen würde, würde ich persönlich die Variante nehmen, wo man am Ende noch 10.000, beziehungsweise 11.400 an der Manten übrig hat, statt die 900, wenn man die 600 auch drauf zählt, bei der günstigen Variante, aber, äh, wie gesagt, ich schwimm nicht im Geld, ich hab nicht so viel Geld, ich lass es lieber. Aber nun mal so wissenswert, Antwort, Frage beantwortet. Man braucht also etwa, ich sag mal, um die 500 Euro, wenn man sich allein mit Tränken hochkauft auf Level 40. Wie jemand, der sowieso viel Geld ausgibt, hm, kann sich's ja überlegen. Ja, wissenswert ist über, ich hoffe, das habt ihr noch nicht gewusst. Ich hoffe, es war, wenigstens halbwegs interessant. Ja, dann hört man sich vielleicht demnächst wieder, wenn ich ein neues Thema habe, über wissenswertes Part 2, da muss ich mir bei uns was überlegen. Ja, bis dann, ciao.